Am westlichen Ende der Welt gibt es ein Land surrealer Kreaturen, die inmitten entfesselnder Elemente leben, in Isolation und Harmonie. Begegnen Sie in echtem 3D, zahmen Riesen und bizarren Ritualen. Im Meer, an Land und hoch oben in den Lüften. Erforschen Sie das Gesetz, nach dem Sie alle sich richten müssen. Passe Dich an, um zu überleben. Auf Galapagos.